Herzlichen Glückwunsch zu deinem Starter-Kit. Jetzt hast du den ersten wichtigen Schritt gemacht, die Funktionalität deiner Füße wieder herzustellen. Normal gilt heutzutage in unserer westlichen Gesellschaft nicht mehr das gleiche wie natürlich. Studien haben gezeigt, dass über 80 Prozent der Füße in westlichen Gesellschaften dysfunktional sind. Mit dem Starter-Kit hast du nun alle Tools zur Hand, um mit ein wenig Disziplin und Übung und vor allem in Kombination mit deinen neuen Funktionsschuhen schon in kurzer Zeit ganz wichtige positive Aspekte und Effekte für die Funktionalität deiner Füße wieder herstellen kannst. Bleib dabei, wir wünschen dir viel Spaß dabei und lass uns wissen, wie es dir geht. Viel Spaß!